Hallo Freunde, hier ist Schwoker. Wir schreiben das Jahr 2043. Ich bin damals 2018 mit meinem gebauten Raumschiff von der Erde von Los Santos weggeflogen ins Weltall. Dann bin ich abgestürzt. Jetzt sitze ich hier seit Stunden, Tagen, Wochen, Monaten auf irgendeinem Planeten und komme nicht weg. Die Batterien gehen kaputt, das ist mein letzter holographischer Funkspruch. Kann mich jemand retten? Bitte. Hallo. Hallo. Hör mal, du hast da so ein kleines Raumschiff, kannst du mich vielleicht mitnehmen nach Hause? Ich möchte zur Erde von Los Santos. Kann ich machen, hast du Runtime? Was habe ich? Runtime. Runtime? Was willst du denn mit Runtime? Hast du Runtime, bringe ich dich nach Hause. Warte, ich habe nur noch einen Runtime. Das ist mein letztes Runtime. Das hat mich über die ganzen Monate, hat mich das versorgt hier. Ich hatte ja nichts anderes. Ich habe nur Runtime gegessen und habe überlebt. Gib mir das. Was? Bringst du mich dann nach Hause, nach Los Santos? Ja. Okay, mein letztes Runtime. Mach's gut. So, bitteschön. Lass uns fliegen. So, ab nach Hause. Oh, endlich. Ab nach Hause. Wir sehen uns heute Abend. Möchtet auch ihr überleben? Möchtet auch ihr? Ihr habt keinen Bock zu kochen, ne? Auf dem fremden Planeten hat man natürlich keinen Bock zu kochen, ne? Da ist man mit anderen Sachen beschäftigt. Ja, dann nehmt Runtime, ne? Auf meinem Kanal www.twitch.tv slash Gerrit. Unten Runtime, Gutscheincode Gerrit 10% Preisnachlass. Wir sehen uns. So.